Herzlich Willkommen im Hotel Altora in der Altstadt von Werniger-Rode. Unser neu errichtetes Themenhotel verbindet auf stilvolle Art und Weise die Tradition mit der Moderne. Im ganzen Haus spiegelt sich das Flair der Eisenbahngründerzeit im Stile eines Bahnhotels wieder. Das Haus ist ein Erlebnis, das sie den Alltag vergessen lässt. Unser romantisches Ambiente und die einmalige Aussicht auf das Dampfbahnbetriebswerk der Harzer Schmalspurbahn lässt nicht nur das Herz von Kindern und Eisenbahnfreunden höher schlagen. Lassen Sie die gemütliche Atmosphäre im Restaurant 1835 auf sich wirken und sich mit Köstlichkeiten verwöhnen. Gerne laden wir Sie in unser gemütliches Kaminzimmer zu einem Glas Wein ein oder genießen Sie in unserer Raucher-Lounge ein Glas Whisky. Hotel Altora freut sich auf Ihren Besuch.